Herzlich willkommen in der vierten Einheit des Kurses gratis online lernen. In dieser Einheit wollen wir zeigen, wie man gute kostenfreie Angebote im Internet findet. Leider ist das Web nicht nur voller kostenfreier Angebote, sondern auch voller Werbung für kostenpflichtige Lernmaterialien. Wenn Sie in einer Suchmaschine wie zum Beispiel Google Balkonbipflanzen oder Reifen wechseln eingeben, werden Sie sehen, dass Sie leider nicht nur viele kostenfreie Tipps finden, sondern auch viele Dinge, die Sie nicht suchen. Viele Treffer weisen Sie beispielsweise auf Bücher hin oder weisen auf Angebote, wo Sie kostengünstig Reifen wechseln können. Eine Suchmaschine kennen Sie ja ganz bestimmt. Google. Sie ist im deutschsprachigen Raum unangefochtener Marktführer. Andere Dienste wie Bing, Yahoo oder auch T-Online fristen im deutschsprachigen Europa eher ein Schattendasein. Es ist leicht vorstellbar, dass das Finden von gewünschten Inhalten stark von Ihrer Suchanfrage abhängt. Daher hier die wichtigsten Tipps. Beschreiben Sie in möglichst wenigen Wörtern Ihre Suchanfrage. Zum Beispiel Balkonbepflanzen Frühling. Wenn Sie Tipps brauchen, wann Sie die Bepflanzungen vornehmen wollen. Schauen Sie nicht nur auf die ersten zehn Treffer. Klicken Sie ruhig einmal weiter. Geben Sie sich nicht mit der ersten Suchanfrage zufrieden. Versuchen Sie diese vielmehr noch zu verfeinern. Suchmaschinen sind wie der Name sagt eben Maschinen, die nach verschiedenen Modellen und Methoden trainiert werden. Und letztendlich entscheiden wir, ob uns das Ergebnis zufrieden stellt oder nicht. Wenn Sie also nach Lernangeboten im Internet suchen, werden Sie wahrscheinlich überraschend vieles zu Ihrem Thema finden. Nur, ist es auch frei verfügbar, offen zugänglich und kann sogar für eigene Zwecke weiterverwendet werden? Leider nein. Wenn man genau hinschaut, ist das Angebot erst nach Bezahlung nutzbar, also oftmals in einem geschlossenen Raum oder es darf zwar angesehen, aber nicht verwendet werden. Damit aber dies bei der Suche berücksichtigt werden kann, bieten die großen Anbieter wie Google, YouTube und so weiter die Möglichkeit an, in den erweiterten Einstellungen die Suche auf Creative Commons Lizenzen einzuschränken. Creative Commons ist eine Unternehmung, die versucht, Inhalte im Web rechtlich so abzusichern, dass die Nutzung des jeweiligen Inhaltes klar und eindeutig geregelt ist. So bedeutet das Kürzel CC BY NC, zum Beispiel, dass die Inhalte unter der Nennung der Autoren in eigenen Inhalten verwendet werden können, wenn mit diesen kein Geld gemacht wird, also non-commercial. Lernmaterialien, die unter einer CC-Lizenz stehen und damit der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, werden als freie Bildungsressourcen, im Englischen Open Educational Resources, kurz OER, bezeichnet. Diese können Sie unbedenklich in Ihrer eigenen Lehre unter den jeweiligen Bedingungen verwenden. Freie Lernmaterialien finden Sie zum Beispiel im ZumWiki, dem größten deutschsprachigen Wiki rund um freie Lernmaterialien. Das Lehrbuch für Lernen und Lernen mit Technologien, kurz L3T, steht ebenfalls unter einer solchen Lizenz und natürlich auch dieser Kurs. Frau Dr. Schön, die sich schon sehr lange intensiv mit dem Thema beschäftigt, wollen wir fragen, warum sie eigentlich Ihre Inhalte frei zur Verfügung stellt. Warum sollen wir das auch machen? Warum mache ich freie und offene Bildungsressourcen? Ich stelle mir vor, dass es ganz toll ist, in einer Welt zu leben, wo vieles Wissen, viele Lernmaterialien frei zur Verfügung stehen. Ich wünsche mir das auch für meine Kinder. Und ich habe auch selbst die Erfahrung, wenn ich mein Wissen teile, habe ich ja nicht weniger davon und es macht einfach riesen Spaß. Mehr wie immer in den Begleitmaterialien. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.